ja ich hoffe mal das ist wirklich die aller 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 letzte folge in dieser aufnahmesession der boocaster war ganz nett den habe ich nicht gebraucht das ding das ist selten aber ich nehme es mal trotzdem mit eben weil man das wenig braucht vermutlich muss das so sein damit man das die irgendwann mal bei einer wichtigen mission oder so absichtlich nicht mitnimmt und dann hätte man es gern und dann ist man voll am pöpsel ja ich bleib beim e11 aber diesmal nehmen wir mal die kontaktmine so starten versuche den ort von luks vision von obi-wan im örtlichen hof und feststellen ob der aragnos kohl dort gewesen ist kalt 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 Hm, nichts. Irrt sich Meister Skywalker bei diesem Ort? Was ist das? Tauntauns. Sollte ich mir mal näher ansehen. Ich habe mich schon gewundert, was da marschiert. Mit einem dieser Tauntauns kann ich eine größere Distanz abdecken. Okay, da suchte ich sie den Ort, an dem Luka eine Session der Macht hatte. Da ist eine Höhle, da möchte ich mal reinschauen. Und, versteckt gefunden? Hurra. Da gehört dir ein halber Boss. Oha. Alter. Alter. Ja, geil. Ja, Baby. Und, versteckt? Hm, yummy, yummy. Ja. Kann ich hier nichts nehmen? Oh. Ah, ich habe schon Kontakt gesetzt. Hm, die scheinen nicht scheinbar für etwas da noch gebraucht zu werden. Cool. Habt das das Ding hier schon vorher rausgekommen ist, weil ich hier gelandet bin? Aber voll cool. Ohne Schaden zu nehmen. Ah. So. Sind die Tauntauns? Ah. Oh. Oh. Ah, wie cool ist das denn? Ah. Okay. Das Imperium hier? Vielleicht hatte Meister Luke doch recht. Wie geil. Hier kommt die Kavallerie. Meister Luke. Wie ¿Cu зат-at-at-at-ata? Alter. Wie cool war das denn? komm mein freund also nein das geht schon wieder nicht so mein Tantanfreund wo bist du da bist du so 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 Ah, gut, ok. Ich speichere. Ah, die Ionenkanone. Ah, die Ionenkanone. Ah, die Ionenkanone. Waffe ich? Ah, die Ionenkanone. Ah, die Ionenkanone. Noch ein Verstück? Ich hoffe. Ja! Nein! Ja! Oh, deswegen die Minen. Damit man die legen kann und das Ding dann hier drüber läuft. Okay. 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 Er möchte dir nicht wehtun, aber ich werde sie heben. Oh! Oh! Was bewegt sich da? Ja, keine Ahnung. Oh! 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 Das ist ja ein verschneites Tor, okay, cool, ah, Knappen, und noch irgendwas, ein Schutzschild, okay. Oh, bitte, scheint alt zu sein, und dann nix zu schnell, heilen, komm ich, ah, da heilen muss ich, nehm ich mal einen Tauntaun, komm her, du, na, hoch, nein, was bewegt sich da, was bewegt sich da, was bewegt sich da, bleiben sie, wo sie sind, niemals, bleiben sie, wo sie sind, wow, ach, das ist ein zerfallener AT-AT, oder feiner AT-ST, gut, dass ich das Ding gesehen habe, das wäre sonst lustig geworden, so, noch irgendjemand, ah, nein, 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 sie können mich nicht verhassen, ich gehöre nicht zum Imperium, so, Oh! Dammit! Ich schaue mich nochmal da um. Vielleicht ist der hier... Aha! Ach nee, komm. So, das war sein Gesicht. Da geht nichts weiter. Gut. Ist hier noch was? Nein. Okay. Ja, ich komme gleich zu dir. Ja, geil. Ah, nochmal Granaten. Ach stimmt, die hätte ich ja auch schmeißen... Na ja, egal. Nochmal Granaten. Oh, haben die sich barrikadiert. Ich glaube nicht, dass die Kiste im Boden fallen soll. Na gut. Geh ich hoch oder geh ich runter? Ich glaube ich geh hoch. Hallo. Geh ich hoch. Ah, es geht doch. Ah. Ja, nice. Ah. Dankeschön. Oh. Warte mal. Finden Sie den Weg zur Echo Basis? Ach, das ist die Echo Basis. Oh. Ich habe genug Minion. Hau. Ah, ich kann ihn drücken und dann macht er Geräusche. Ok. Ah. Ich kann ihn drücken und dann macht er Geräusche. ich frage mich ob ich ihn mit 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 draufhuppen umlegen kann ich sehe gerade es ist folgenpause ich nutze die gelegenheit um hier zu speichern und hier pause zu machen die session zu beenden und ja wie es weitergeht werden wir in der nächsten folge sehen auf jeden fall bleibt warm und möge die macht mit euch sein